Ja, ich bin der Leere Marine. Das sollten wir einem Mitglied, der offenbar ein... Nochmal. Das sollten wir einem Typen sagen, der offensichtlich Mitglied des Tempels ist. Auch sowas von sagen, ja. Das ist schon gut. Das ist für uns uninteressant. In der Tat werdet ihr uns einen Gefallen tun, wenn ihr dabei ein paar Hexern und Hexer tötet. Seid vorsichtig. Lasst uns in Frieden und wir lassen euch in Frieden. Naja, ich bin der Leere Marine. Waren wir hier eigentlich schon mal drin? Also hier. Drin. Was sagt meine Karte? Meine Karte sagt nein. Gut, das ist auch das, was ich von meiner Karte eigentlich hören wollte. Wollte ich das von meiner Karte hören? Moment, meine Karte kann sprechen. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass da eine Statue eines gewissen Detra-Fürsten steht, den... ...der immer gern von Chicken gemobbt wird. Nicht. Wo ist die Statue hin? Achso, die war in einem anderen Raum. Sterbott! Die hat Magie widerstanden. Haha. Knauze! Bleib fliegen! Hey Chicken, du hast alles verdorben. Du hast so Bier und Willenskraft. Kannst du behalten. Nein, nehme ich dir weg. Kaiserliche Netschklinge. Oh, du bist Dunkelelf, ne? Dann Knochenläufe. Ah, wo gehen wir denn zuerst hin? So many choices. Sind hier eigentlich keine Küsten? Nein. Links, rechts oder geradeaus? Links, rechts oder geradeaus? Wir gehen mal da lang. Rechter Flügel. Chicken ist Rechtshänder, also geht sie nach rechts. Ihr werdet sterben! Naja. Los, Leute! Ja, ihr werdet unendlich leiden! Wow. Glückwunsch. Hingen wir in der normalen Grünweißheit? Jetzt. Uh! Yep. Wunscher Streitkolben. Kann ich verkaufen. Jetzt sind keine Federweben, oder? Nicht auf der Leiche herumtanzen, Knochenläufer. Das ist doch auch Leichen-Tendung. Und eine Statue von... Mirum ist Dagon. Böse Onkel. Willst du zum Inneren schreien? Sock mal hier das Wasser ab, Mr. Dagon. Peter Pan. Und was haben wir hier? Schön, dich wiederzusehen. Schön, dich wiederzusehen, Monagbal. Das sind die falschen Umstände, zu denen ich dich wiedersehe. Na, ihr zwei. Ja. Ihr seid nur hier, um den Schrein zu plündern, oder? Ja. Ich bin nur hier, um den Schrein zu plündern. Bla, bla, bla. Einen oder den zweiten Faden des Webers mitzunehmen. Da. Da ist der Penner. Da ist er. Ja, das nenne ich einen Kampf. Und jetzt? Wo sind meine Lähmungen? So, der Lähmungstyp ist weg. Tja, ich bin auf alles vorbereitet. Ja, oder halb. Warte. Knochenläufer. Nochmal Anflug. So. So. Okay, ich hab deine Hilfe nicht gebraucht. Aber du hast hier Linkszeug. Knappmusik läuft weiter. Ausdauer. Trink. Auf deiner Leiche. Na, lecker. Dann lösst du mir wieder so ein. Da. Wieso bin ich jetzt durch den Boden geglitscht? Ach. Was sollte das denn, Sheogorath? Mann, ich hasse dich. Jetzt wisst ihr auch warum. Also, das ist mir hier noch nie passiert. Und wo ist... ...der Ursprung der Kampfmusik? Nein, jetzt ist auf Gamma keine Kampfmusik mehr da. Willst du mich verarschen? Jetzt... Ach, da bist du. Scheiß, ich wusste, ich wusste, dass der Typ mein Feind ist. Ich wusste, dass der Typ mein Feind ist. Nein. 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 Oh, die Schuhe! Oh, die Schuhe sind kaputt. Die Schuhe sind kaputt. Welches teuflische Wesen. Du findest das wohl sehr wehzig, oder? Ja, das findest du. Wir mögen es... Zwölf. Das reicht nicht für einen Anti-SMS-Zauber. Nein. Oder? Doch! Doch! Cool! Es reicht noch! Es reicht noch! Jetzt hab ich kein Warhammer mehr. Ah, erstmal... Oh. Ja, stimmt. Ist noch der Effekt... ... jetzt aktiv? Ja. Gut. Och, Scherogorath, ich hasse dich. Ich kann nur fest im Boden rasten. Oh! Ich darf nicht rasten, weil meine Füße im Wasser stehen! Seriously? Seriously, Scherogorath? Nice. Dann der Diamant. Doch, der Rubin! Er treibt seine Späße mit mir! Ich hasse dich! Geh weg! Stirb! Das ist doch nicht mehr normal! Ich weiß, du bist der Prinz des Wahren, aber musst du mich in den Wahnsinn deshalb immer treiben? Immer und immer wieder! Auch noch hier Totenbeschwörer-Zeugs, hä? Was hab ich dir getan? Was hab ich dir getan? Wo kommst du her jetzt? Wo kommt der denn jetzt her? Weil ich die Truhe aufgelacht habe! Hä? Scheerogorath, ich hasse dich! Du verpasst! Du verpasst! Rechter Flügel, da komm ich her! Pinker Flügel! Boah, dieser... Dieser Scheerogorath! Detra-Herz! Kein Detra! Mein Sieg steht bevor, ja! Mein Wahn steht bevor! Ne, Malakart? Jep! Ja, dein Detra-Schreien-Quest steht ja auch noch offen! Und die Blitzdingsten sich da hinten schön festigen Stärke! Ist immer schön! Ja! Wir lassen die da hinten einfach mal kämpfen, ne? Puh, welch spannender Kampf! Los, zerfleischt sie! Noch könnt ihr wetten, abschließend er gewinnt! Aber momentan sieht das... ...gut aus für den Tempel. Weil da brauchen wir uns jetzt down. Guck mal, ich bin ein Deutschbeschwörer! Hast du auch ein... ...Federweben für mich? Nein, hast du nicht. Ach so! Ihr habt jetzt eure Streitkolben und den Schild beschworen. Wollt grad hinterfragen, was beschwören die da die ganze Zeit? Na los! Habt ihr mit der Kaiserlichen so viel am Hut? Ist das mal eine Kaiserliche oder ist das nur Nord? Bofkina ist nur Nord. Also wirklich, ihr seid solche Noobs Tempel futzen! Hätte ich in Sekunden geschafft, ne? In Sekunden! Azura! Azura war ja auch so... Das ist toll gemeint zu mir. Und... Das... Lass mich raten, wenn ich das jetzt alles nehme! Ja, Chicken, du bist mal wieder... Komm! Das ist Azura, die vor dir ist! Die würde solche Späße mit dir niemals machen! Doch würde sie! Doch würde sie! Ja, das ist ja immerhin fester, ne? Ja, sie platzieren gerne mal verfluchte Dinge. Na gut, Azura hat damit nichts am Hut, weil... Das wurde ja hier von den Sterblichen platziert. Von den Joré. Ja. Ja, das frage ich mich auch, warum ich immer wieder anfange... Wörter aus der Drachensprache, meinen Abonnenten gegen die Fresse zu klatschen. Und meinen Zuschauern. Naja, Zuschauer, Abonnenten kann man das nicht nennen. Warum nicht? Ja, weil die meisten meiner sogenannten Abonnenten mir sowieso nicht gucken. Ach, euer Wut wird fließen! Schön für euch. Oh, Goldene Heilige! Hallo! Deine Goldene Heilige... Unten hat mir meine Schuhe kaputt gemacht. Reflexion, Böse... Macht alles kaputt. Auch meine Schuhe! Oh, wie... Moment. Für dich reicht auch ein 25er. So. Außer du bist pestkrank. Was du wahrscheinlich bist. Wen haben wir hier? Leiche eines Elitenordinators. Du kannst mir deine Rüstung geben. Die kann ich für gutes Geld verkaufen. Ich brauche überhaupt kein Geld! Du liebst immer noch. Ja, du bist pestkrank. Habe ich gerade vorhin kurz gesehen. Fang mich doch, wenn du kannst. Ja, du kanntest es nicht. Du Noob, ey. Du bist voll der Noob, Leute. Und du bist voll der Schreihals da oben. Und ihr seid hier voll die Fliegen, die hier rumkrutzen. Ey, Fliege! Mach mal die Fliege unter die Schnurze! Ah, ihr habt diesen überlebt. Ja, drei gegen einen! Warte mal. Knochenläufer! Habe ich noch genug für... Feuer, Flammen, Atronach? Nein. Wie die andere sich jetzt nicht mehr einmischt. Mehr Beschwörungen machen! Knochenläufer! Großer Knochenläufer! Ich werde hier nicht den Tod finden! Ich kenne den Tod nicht mal. So, stopp! Dü, 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 dü. Jun! Einfach alle... sterben. Fest die Mang-Waffe. Äh. Äh.